Hallo, ich bin Daniel Iwanoff von den Kreis der Merlins und ich freue mich auf die neue Saison der BQBBL, weil ich dann neue Erfahrungen sammeln kann, eventuell vielleicht Spielminuten bekomme und einfach auf die coolen Jungs, die neu dazukommen. Servus voneinander, ich bin der Ole Sebald, ich freue mich auf die BQBBL, weil ich einfach da bin, um neue Erfahrungen zu sammeln und ich finde BBL, es gefällt mir einfach, die Liga, die Konkurrenz und da kann ich einfach nur besser werden. Hi, mein Name ist Serge Exel von den Kreis der Merlins und ich freue mich auf die neue Saison in der BQBBL, mit den neuen Teammates und auf eine neue Herausforderung. Ich freue mich auf die BBL, zurück in Deutschland, vier lange Jahre in den Staaten. Natürlich, Riesenchance, erste Liga, was will man mehr, im Heimland, ich freue mich auf München, ich freue mich auf die Heimstadt, Defending Champion, mal schauen, was da geht. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Saison, bis bald. Hallo, ich bin der Philipp Heller und ich freue mich auf die tolle Atmosphäre in der BQBBL. Ich freue mich auf die BBL, weil wir sind hier, Krosheim. Ich freue mich auf die BBL. Also ich freue mich auf die BBL, weil da so Spitzesportler wie ich antreten und richtig Spaß haben und weil es seine Krallzahlen richtig abgeht, okay?